Was geht ab und ein herzliches Willkommen, wir reagieren endlich mal wieder auf dem Video und zwar wie sich Prominente oder sieben Prominente, die sich vor Gericht blamiert haben. Und ich denke auch aktuell ist natürlich auch, ich meine blamieren ist jetzt noch nicht ganz drinnen, aber gerade auch dieses Johnny Depp einmal hört, da ist schon einiges aufgetaucht, dass man vielleicht doch nicht wollte, dass es dann die Öffentlichkeit gerät. Aber das ist natürlich, ja, wenn man das so öffentlich ausdrückt und zwar so berühmt und sagen wir mal ein eher, ein sehr berühmter und eine berühmtere Frau sich da zanken um Millionen, dann ist es natürlich, ja, muss man sich quasi nackt ausziehen. Los geht's. Gerichtsverhandlungen sind nie eine angenehme Sache. Das gilt vor allem für Promis, deren Gerichtsverfahren nicht selten komplett in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Wenn sich berühmte Menschen dann dabei noch auf peinliche Weise verlieren, kann das auch schnell ganz schön demütigend sein. Wir zeigen euch heute genau solche Momente, in denen Promis sich vor Gericht heftig blamierten. Es wird peinlich, bizarr und wir können garantieren, dass ihr euch mehr als einmal an den Kopf fassen werdet. Also legen wir direkt los. Hier, bei Wissenswert, beginnen wir direkt mit einem bizarren Promi-Moment vor Gericht, bei dem bereits der Grund der Verhandlung kurios war. Und zwar geht es um ein Schlagloch in Bergisch Gladbach und um den Autoreifen von Heidi Klums Vater. Tatsächlich hatte Günther Klum nämlich durch ein größeres Schlagloch in seiner Stadt einen Autoreifen seines Audi A8 kaputt gefahren und zeigte daraufhin direkt die gesamte Stadt an. Diese wollte nämlich nicht seine Rechnung von 740 Euro... Für einen Reifen, für einen Reifen 740 Euro. Ich meine, man kennt das ja, dass vielleicht mal ein Satz 1.000 Euro oder so kostet. Aber sorry, ich fand den Audi A8 und dann schaffe ich es. Ja, ich meine, dann weicht durch den Schlagloch aus. Den zerstörten Reifen zahlen und so zog er anschließend sogar vor Gericht. Da Günther Klum, der angeblich ein geschätztes Vermögen von über 10 Millionen Euro besitzt, wegen lediglich gut 700 Euro vor Gericht zog, gab es direkt einige Schlagzeilen, die den Vater von Heidi Klum als äußerst geizig darstellten. Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn es etwas bizarr erscheint, so ging es Klum jedoch nicht wirklich um seinen Autoreifen. Wie er erklärte, war er mehr besorgt darüber, dass ein so großes Schlagloch vor allem für Motorradfahrer sehr gefährlich werden könnte. Doch auch dieses Argument half ihm nicht dabei, sein Geld zu erhalten. Die Richterin entschied nämlich, dass ein so großes Schlagloch bei vorausschauendem Fahren eigentlich rechtzeitig sichtbar sein sollte. Und so blieb der Multimillionär auf seinen Kosten sitzen. Weiter geht es an einem Kommi, der sich vor Gericht so sehr daneben benommen hat, dass man meinen könnte, er wollte um jeden Preis die heftigste Strafe erhalten, die überall... Er wollte wahrscheinlich mal um jeden Preis auffallen, weil ich meine, das ist ja aktuell alles, da ist möglich war. Und zwar geht es um den 187-Rapper Jizzis, der 2020 wegen verschiedener Delikte vor dem Landgericht Hamburg vorgeladen wurde. Konkret wurde Jizzis vorgeworfen, er habe eine Sauerstoffflasche aus einem Krankenwagen stehlen wollen, einen Fan auf die Hand geschlagen und angeblich verschiedene illegale Substanzen zu Hause gelagert. Also eigentlich nur, ja. Ja, ich meine, die... Das ist natürlich jetzt was anderes, aber gerade die anderen zwei Sachen, das ist, denke ich mal... Da für Jizzis sogar eine Gefängnisstrafe im Raum stand, hätte man erwartet, dass der Rapper sich bei all den Vorwürfen im Gericht zurückhaltend und vernünftig gibt. Doch was Jizzis dann im Landgericht Hamburg abzog, ist völlig bizarr. So rief er bereits einem Fotografen vor dem Gerichtssaal zu, dass, Zitat, seine Mutter sterben soll. Vor dem Richter fiel dann sogar auf, dass Jizzis leicht angetrunken erschien und begann immer wieder ungefragt reinzuholen, sogar, dass das Urteil gegen ihn eh gekippt wird und dass die Verhandlung daher völlig egal ist. Da sich der Richter so von Jizzis Art provoziert fühlte, verwies er den Musiker letztendlich des Saals. Doch statt wenigstens danach ruhig zu werden und sich zurückzuhalten, begann Jizzis direkt damit, ein Insta-Live-Video vor dem Gericht aufzunehmen. In dem Clip redete er sich länger in Rage und beschimpfte, allerdings ohne Namen zu nennen, die Kläger und insbesondere den Richter auf herndlichste Art. Inzwischen wurde Jizzis zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, die der Richter mit der Aussage kommentierte, wer, wenn nicht sie, gehört in den Knast. Oh mein Gott, der Richter, wow. Also ja, das ist schon heftig. Zu einem Promi, dessen Gerichtsverfahren vor ein paar Jahren das gesamte Land mit Spannung verfolgt hat. Und zwar geht es um Uli Hoeneß, den ehemaligen Manager des FC Bayern München und die Person, die wohl am meisten dazu beitrug, dass der Verein heute eine weltbekannte Marke ist. Wie die meisten wissen werden, wurde Hoeneß damals wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagt und musste danach mehrere Jahre ins Gefängnis. Doch tatsächlich hätte Hoeneß trotz seiner Straftat dem Gefängnis entgehen können, und zwar mit einer Selbstanzeige. Dadurch hätte er nämlich seine Straftat im Vorhinein zugegeben und so eine Haftstrafe verhindert. Hoeneß machte die Selbstanzeige zwar, allerdings deutlich zu spät, da bereits öffentlich ein Verdacht gegen ihn bestand. Doch auch wenn sich Hoeneß bei der anschließenden Gerichtsverhandlung an sich nicht blamiert hat, so tätigte er im Nachhinein eine Aussage, die er niemals hätte treffen sollen. Denn als seine mehrjährige Haftstrafe endlich vorbei war und er nun unter strikten Auflagen wieder in Freiheit leben durfte, riskierte er alles mit einem sehr unüberlegten Spruch. So sagte Hoeneß auf einer Medienkonferenz, dass er der einzige Deutsche wäre, der sich selbst angezeigt hätte und trotzdem im Gefängnis landete. Auch ein Freispruch wäre völlig normal gewesen und er habe eigentlich gegen die Medien verloren, so Hoeneß. Diese Aussage ist nicht nur falsch gewesen, sie hätte fast dazu geführt, dass Hoeneß' Bewährungsstatus kurzum wieder zurückgenommen wurde, da man vor allem in der Bewährungsphase eigentlich Reue für seine Tat zeigen soll. So überlegte NRWs Justizminister öffentlich, dass Hoeneß dafür eventuell wieder ins Gefängnis hat. Das wäre schon sehr klankariert gewesen für einen Satz, den man gesagt hat, dass man dann gleich wieder ins Gefängnis kommt. Es gehen müsste, um dieses Schicksal noch abzuwenden, reagierte Hoeneß' Anwalt jedoch schnell genug und machte in einer Stellungnahme klar, dass die Aussage nicht ernst gemeint war. Kommen wir nun zu einer Schauspielerin, die zurzeit als eine der erfolgreichsten Stars in Hollywood gilt. Und zwar Sofia Vergara, die kolumbianische Schauspielerin, die unter anderem in der Sitcom Modern Family mitspielte, hatte definitiv eines der kuriosesten Gerichtsverfahren der gesamten Liste. Und zwar wurde sie wegen des Sorgerechts ihrer Kinder verklagt. Allerdings waren diese Kinder gar nicht geboren. Genauer gesagt war Vergara nicht mal schwanger. Und zwar ging es bei dem Verfahren um sogenannte Pre-Implementation-Embryos, die sie zusammen mit ihrem Ex-Freund kreiert hatte. Sie wollte nämlich verhindern, dass das Sorgerecht für die Kinder, die aus den gefrorenen Embryos irgendwann entstehen könnten, an ihren Mann gehen könnte. Tatsächlich war es der erste Fall weltweit, bei dem ein Paar über das Sorgerecht von noch gefrorenen Embryonen stritt. Noch verrückter ist allerdings, wie Vergara und ihr Ex-Freund bei dem Fall über die Embryos sprachen. So gaben sie ihnen bereits Namen und ihr Ex-Freund plante sogar, einen Anwalt für die gefrorenen Embryonen zu engagieren. Letztendlich wurde der Fall jedoch vorzeitig beendet. Der Grund für den riesigen Gerichtsprozess ist eigentlich nur ein einziger Zeitungsartikel, den Amber Heard als Gastautor für eine amerikanische Zeitung veröffentlichte und in dem sich die Schauspielerin als Opfer häuslicher Gewalt darstellte. Mit diesem Artikel und insbesondere der Aussage, dass sie durch ihren Ex-Mann Johnny Depp Missbrauch erlitten hatte, schaffte sie es, Johnny Depps Karriere völlig zu ruinieren. Depp bekam danach nämlich kaum noch gut bezahlte Filmrollen und selbst Disney plante nicht mehr, ihn den legendären Jack Sparrow in Flucht der Karibik spielen zu lassen. Ich habe schon gehört, dass er es nicht machen darf, aber ist das jetzt so? Er hat uns nur geplant und er darf jetzt doch wieder. Wisst ihr da was? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Aus diesem Grund verklagte Johnny Depp seine Partnerin und die beiden zogen schließlich vor Gericht. Dort musste Amber Heard dann eine der größten Demütigungen ihrer gesamten Karriere erleiden. Im bisherigen Prozessverlauf stellte sich nämlich heraus, dass Heard gar nicht das Opfer in der Beziehung war, sondern Johnny Depp. Anders als Amber Heard es damals in den Medien darstellte, war sie es, die Depp immer wieder angriff, beleidigte und schikanierte. Plötzlich wandte sich das Blatt und immer mehr Menschen begannen sich auf die Seite von Johnny Depp zu stellen. In den sozialen Netzwerken wurde Heard immer häufiger kritisiert und Menschen fingen an, Gerechtigkeit für Johnny Depp zu fordern. Inzwischen soll Heard sogar fast gänzlich aus dem Film Aquaman rausgeschnitten werden und auch ihre zukünftigen Projekte stehen auf der Kippe. Besonders blamabel für Heard ist aber die Tatsache, dass sie sich eigentlich alles hätte sparen können. Heard hatte nämlich schon damals gegen Depp geklagt und die beiden haben sich sogar auf einen Vergleich in Höhe von 7 Millionen Dollar geeinigt. Sie hat dann wieder nachgestichelt. Wie dumm kann man denn sein? So, jetzt kommt der erste Kopf aus. Wie dumm kann man sein, wenn man eh schon gewonnen hat, das Recht bekommen hat und jetzt sieht es nicht mehr so rosig aus für sie. Legenheit eigentlich geklärt. Hätte Heard nicht jenen Artikel geschrieben, der Depps Karriere zerstörte. Als nächstes kommen wir zu einer Promi-Gerichtsverhandlung, die mit einer peinlichen Niederlage endete. Und zwar zog der Ehemann von Beverly Hills 90210-Schauspielerin Shannon Doherty gegen das Management der Schauspielerin vor Gericht. Eigentlich schien der Grund der Klage zunächst sehr ernst zu sein. Die Schauspielerin erkrankte nämlich an Krebs und ihr Management verweigerte ihr eine Zeit lang, sich angemessen ärztlich behandeln zu lassen, da sie noch wollten, dass Doherty ihr laufendes Filmprojekt schnell beendete. Ihr Mann warf dem Management Unfähigkeit und Gier vor. Doch als er den wahren Grund seiner Frustration vor Gericht verriet, blamierte er nicht nur seine Frau, sondern auch sich selbst. Und zwar beschwerte er sich in erster Linie darüber, dass es aufgrund der fehlenden Behandlung seiner Frau für das Paar sehr schlecht lief. Im Bett. Sie hätte weniger Lust mit ihm intim zu werden und sei abends oft zu schlapp gewesen, was ihn letztendlich dazu bewegte, vor Gericht zu ziehen. Damit erntete er nicht nur zahlreiche peinliche Schlagzeilen, er verlor auch den Prozess und verhinderte so, dass seine Frau für die eigentlich kriminelle Tat des Managements angemessen entschädigt wird. So, warum, Mann? Warum hat er das nicht... Was hat sich der Anwalt gedacht? So, es ist mal eine gute Idee zu sagen, weil sie nicht will? Ich meine, Mann, das ist im Grund zu verklagen und das hätten sie auch locker gewonnen. Ich meine, allein mit diesem ganzen Scheiß, was sie da abgezogen haben. Ach, Mann, du bist so ein Depp. Zum Schluss kommen wir noch zu einem recht lustigen Gerichtsmoment eines Promis, der eigentlich selbst dafür bekannt ist, andere zu verurteilen. Und zwar geht es um den Ex-DSDS-Juror Dieter Bohlen. Bohlen war 2009 im Landgericht Lübeck vorgeladen, da in seiner Villa kurz zuvor eingebrochen und viele wertvolle Gegenstände gestohlen wurden. Eigentlich würde man erwarten, dass sich selbst ein Dieter Bohlen vor Gericht etwas zurückhaltender gibt. Doch tatsächlich verhielt sich Bohlen im Gerichtssaal wie bei einem DSDS-Casting. So machte er schon im Vorhinein Witze und antwortete auf die Bitte der Richterin, immer stets die Wahrheit zu sagen, damit, dass er, Zitat, immer die Wahrheit sagt. Mit dieser Aussage sorgte er bereits für Gelächter im Publikum und im Laufe des Verfahrens begann der Musiker dann immer mehr Witze zu reißen. So sagte er zum Beispiel, dass er sich schon so sehr auf seinen Fernseher gefreut hatte, der ihm durch die Einbrecher gestohlen wurde. Er habe ihn sich nämlich selbst als Geschenk gekauft, dann für sich eingepackt und unter den Weihnachtsbaum gelegt. Sehr kurios war auch Bolens Beschreibung seiner Einrichtung. Diese sei nämlich so extravagant, dass er, wie er selbst sagte, nicht einfach zum Ikea gehen könne, um sich neue Deko zu holen. Tatsächlich wurden Bohlen damals Gemälde im Wert von über 10.000 Euro gestohlen. Am Ende konnte er dafür jedoch noch ordnungsgerecht entschädigt werden. Noch krassere Gerichtsfälle haben wir übrigens in diesem Video. Schaut da gerne mal rein und... Ziemlich interessant das Ganze und wie sich manche wirklich blamieren für Lächerlichkeiten. Schreibt gerne mal meine unbedingt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum Guggen. Ciao. Ich bin sehr gespannt und bis zum Guggen.